Heute performe ich den Trick mit dem Weißige Frost Deck. Du ziehst dir bitte eine Karte deiner Wahl und merkst sie dir. Hast du? Ja. Dann gibst du mir sie bitte. Und ich stecke sie jetzt wieder ins Kartenspiel. Und ich schnipse einmal und die Karte liegt wieder oben, richtig? Richtig. Das war der Kartentrick. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.